Servus, meine Lieben. Willkommen zurück zu unserer Daily Dosis Arc mit dem Voucher, mit dem Alterle, bei der Jagd auf Ragnarok. Wir holen uns den Dödi heute ran, sobald's hell wird, Leute. Es ist mitten, äh, 22 Uhr, aber die Nacht läuft recht schnell durch. Ich will allerdings ganz kurz unseren kleinen Tierchen hier, den, ähm, da kann man doch die Fackel hier drauf machen. Das war doch so, oder? Nee, muss ich's hier rein machen? Jetzt weiß ich's nicht mehr. Ah, warte mal, warte mal, warte mal, was ist denn das hier? Ah, ich glaube, ich muss es so machen. So, was ist denn jetzt passiert? Achso, ja klar, ich warte drauf, guck, ne? Jetzt probieren wir's nochmal. Jetzt hab ich eine Fackel hier drauf. Jetzt müsste die doch normalerweise ein bisschen Licht geben hier. Ja, das machen wir jetzt überall drauf, Leute. Weißt du, bis die Nacht rum ist, ich seh ja momentan eh nicht so viel. Ich will schon ein bisschen was sehen, während wir hier unterwegs sind. Weil, da hat uns ja ganz viel angegriffen gestern, dass ich überhaupt nicht mitbekommen hab. Hat der einen grünen Bauch? Ein bisschen, gell? So, Leute, das dürfte jetzt auch gleich hell werden, ne? Ein bisschen Geduld. Ein bisschen Geduld. Ich hab gedacht, ich drück gleich mal drauf, dass es hier weitergeht. Nicht, dass ihr denkt, ich kuschle hier in der Nacht alleine vor mich rum. Denn nachts ist es ja doch auch ziemlich knackig hier, ne? So. Jetzt hat jeder von denen auf jeden Fall ein Lichtchen. Ja, guck mal. Kommt alle her. Jetzt kriegt er eine große Koste. Der Wautsch. Oh, geil. Geiles Bild mit dem Mond. Oh ne, das will ich noch mal einfangen. Ja, cool, oder? Bin ich jetzt erschrocken? Alter, bin ich jetzt erschrocken. Seid ihr noch da? Immer diese Tastengefahr hier, die ich da so durchmach. Ah, okay. Da sieht man den Boden. Es ist einfach schön. Guck mal. Coole Geschichte. Gefällt mir gut. Oh, da haben wir ein schönes Bild eingefangen mit dem Mond. So, meine Lieben. Es ist natürlich jetzt hier kalt. Wir nehmen die Fackel raus, dass der Alterle jetzt hier nicht drauf geht. Wir können natürlich auch uns ein ganz kleines bisschen vorwärts schleichen, dass wir nicht gerade hier rumstehen. Ich nehme natürlich das Haupttier. Ja, guck mal. Da sieht man auch was. Na ja, klar. Da können wir doch auch nachts unterwegs sein, oder? Wir können ja hier unten schon mal ein bisschen aufräumen. Ja, cool. Ist das cool. Ach Gott, habe ich jetzt Spaß. Ist das schön, Leute. So, hier müssen wir später hoch. Ich würde sagen, wir machen hier unten gleich. Guck mal hier. Da rennt doch jetzt so eins. Habs. Ja, alles klar. Alles klar. Jeder hat Hunger. Die Mädels. Das sind unsere Mädels, Leute. Da lässt keine locker. Dahinten ist ein Lootrop. Ich würde sagen, holen wir uns. Was soll hier passieren? Ich wüsste jetzt nicht, was hier passiert. Die Stellen kennen wir. Hier ist noch ein Bär. Den kriegen wir normalerweise jetzt hier schön weggesäbelt. Mal gucken, ob die... Oh, der ist runtergefallen. Ist das unserer? 25er. Ich glaube, das war unserer. Müssen wir aufpassen, dass wir den jetzt nicht aus Versehen töten. Und hier irgendwo war der Bär. Sind noch alle Mädels da, ja. Wir können ja mal hinrennen. Ich glaube, das... Wo war denn der Bär, Leute? Der müsste doch hier irgendwo gewesen sein. Wahrscheinlich erschrecke ich gleich tierisch. Okay, Gallimus. Grüß dich. Da hinten ist er. Ich glaube, hier steht er. Jo. Kämpfen wir mal an den Guten. Ja, ist ja überhaupt... Alter, das ist schon fast zu leicht gerade. Natürlich kann hier noch genug passieren, bestimmt. Was ich jetzt gerade nicht einzuschätzen vermag. Wie sieht es hier aus? Irgendwelche Gefahren. Ah, da. Guck mal, da hat sie einen komischen Vogel. Mädels sind da. Wie sie da sitzen, als ob sie sich hier wärmen an dem Ding. Die helfen mir ja, wenn ich jetzt angegriffen werde. Den kleinen Vogel würde ich gerne platt machen hier. Okay, den hat er weggefletscht. Da kommt der Nächste. Den haben wir auch. Kommt ihr bitte wieder zurück. Wo geht denn ihr hin? Hey. Ach, die wollen den jetzt ausräumen. Die kommen da nicht ran, ne? Scheiße. Scheiße, wie kriege ich denn jetzt die davon ab? Nee, oder? Ah ja, jetzt ist wieder gut alles. Ist wieder alles gut. So, komm, den Lootjob holen. Sonst die spawnen da nämlich. Flug, die Muck. Die, Flup, die, Muck. Flup, die, Muck. Was wird dritte sein? Jo, Leute. Überragender Ankylosaurus-Sattel. Jo, wie geil. Laseraufsatz. Ankylosaurier, überragender Sattel. Den holen wir uns doch noch die Woche, wenn alles klappt, ne? Und es wird hell. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Sollen wir die Fackeln jetzt wieder alle abbauen? Ja, war ja eigentlich nur mal für den Test. Ich werde nicht so oft nachts unterwegs sein mit denen. Ach, das machen wir mal, wenn wir daheim sind. So, komm, den Dödi geschnappt. Gut. Die Tiere lasse ich hier. Der Dödi greift mich aber an. Das würde bedeuten, ich muss die Tiere entweder in einen guten Abstand bringen. Ihr macht ja nix hier, ne? Ihr seid lieb. Ich lasse die einfach hier unten stehen. Du erschrickst mich jedes Mal. So. Ja, wir müssen ja Fleisch sammeln, ne? Deswegen mache ich es ja. Der Dödi ist jetzt aber schon ziemlich weiter hinten. Da gehen wir jetzt mal hin. Bin eingeklemmt. Ah, wie mache ich denn das jetzt? Muss ich die jetzt echt alle umstellen? Es wird jetzt doch Zeit für die Pfiffe. Ich werde mir irgendwann im Verlauf der... Der kämpft den Dödi an. Was ist denn das für eins hier? Lasst ihr den mal bitte in Ruhe. Hoffentlich fressen sie mir den Dödi nicht auf. Okay. Lasst aber den Dödi in Ruhe. Ja, hat geklappt. Den haben wir auf jeden Fall gerettet, den guten. Äh, was waren das? Das waren so Terrorbirds, glaube ich, ne? Gucken wir mal, ob wir hier hochkommen. Ne. Ich gucke jetzt hier oben, ob da noch mehr sind. Nicht, dass ich da beim Zehmen gleich so einen im Gesicht habe. Was haben wir da hinten? Was läuft denn da hinten rum? Das sind noch mehr von denen, Leute. Das sind noch mehr von denen. Brauchen wir die? Ah ja, klar, für die Liste. Spätestens für die Liste. Die sehen aus wie mutierte Dodos. Jo, guck mal, wie sie die weghauen. Ist schön. Macht das ruhig. Macht das in aller Ruhe, ja. Verspert euch satt. Fleisch haben wir auf jeden Fall genug, wenn das hier rum ist. Äh, jetzt zurück. Zurück zum Thema. Wenn der Dödi mich einmal erwischt, haben wir das? Kompis. Ich sehe Kompis. Zwanziger. Ah, das sind die kleinen, die ich schon mal stehen habe lassen. Okay, Leute. Also, zurück. Jetzt muss ich überlegen, wie ich es mache. Am besten würde ich sagen, ich steige hier mal ab. Komm mal mit runter. Da oben traue ich nicht. Wo ist denn der Dödi jetzt? Da vorne ist er. Ich steige jetzt hier mal ab. So. Also. Wenn ich jetzt mit dem... Ich bin nur erschrocken. Ich bin nur erschrocken. 20er-Kombi. Und erschrocken wie ein Tier. Jetzt nochmal absteigen. Also. Da kenne ich mich jetzt noch nicht so aus. Das werden wir jetzt die Woche uns auch noch gemütlich einfrieren. Was war denn jetzt schon wieder? Leute. Einer folgt. Pass mal auf. Dieses Ziel angreifen. Ich kann jetzt alle... Ah, ne. Dann pfeife ich nur einen passiv, ne? Alle folgen. Ne, das ist blöd. Mein Ziel angreifen. Soll ich die jetzt echt alle auf passiv machen? Oh. Tut mir leid um dich, Kombi. Soll ich euch jetzt echt alle auf passiv stellen? Was aber, wenn jetzt tatsächlich noch irgendwas käme, auf das ich hätte aufpassen müssen. Wie gehe ich dann vor? Ich springe einfach auf mein Tier und greife an. So machen wir das. Die sind ja alle auf neutral. Das heißt, mir wird jetzt momentan halt jeder helfen. Also jetzt zum Beispiel wäre schon mal passiv. Passiv pfeifen. Geht ja natürlich jetzt so. Aber das mache ich auf eine Taste, ne? Sorry, ich bin gerade so ein bisschen am labern. So. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle auf passiv. Müsst ihr jetzt eigentlich gegriffen haben. Passiv. Nicht, dass die mir den kleinen Helfer da zerstören, den ich holen will, schon seit einer Woche. So, alles klar. Du störst mich nicht. Ihr seid alle auf passiv. Jetzt muss ich nur den Dödi wiederfinden. Da hinten läuft er. Flinte raus. Nicht die Steinschleuder. Die Flinte. So, alles klar. Dann fangen wir an. Muss ich die Munition erst noch einlegen? Habe ich noch nicht gemacht. Alles klar. Alles klar. Ich habe schon gedacht, ich habe sie vergessen. So, Leute. Jetzt aber endlich. Entschuldigung. Das muss ich machen, ne? Das werde ich mir angewöhnen. Ich werde jetzt ein paar Tasten auf die Fs oben legen. Bezüglich Pfiffe. Habe ich den jetzt ja getroffen. Man muss ein bisschen höher ziehen mit der Flinte. Das bist du nicht mehr gewohnt, gell? So, einmal. So, einmal. Und. Fünf-Sekunden-Regel. Zweimal. Ich lasse den natürlich ein bisschen näher kommen. So. Wie er schon lächelt. Nein, ich habe sie noch auf Folgen. Kriege ich das geschwind hin? Das war falsch. Alle Folgen. Alle anhalten. Wegrennen. Da werde ich noch viel üben müssen. Da werde ich noch viel üben müssen. Zum Glück sind wir nicht in der Base. Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich mit allen Folgen die komplette Beute am Ärschle, ne? Nicht, dass sie gleich von da hinten ankommen. Das wäre auch übel. So, komm Alter, du hast doch gar nicht so viel. Du hast doch gar nicht so viel Energie, oder? Außerdem wollen wir dich mitnehmen. Du bist ein Freund. Gut. Alles klar. Also, Pfiffe müsst ihr lernen, Voucher. Unbedingt. Mehrfach schon geschrieben. Seht ihr, es kommt für alles die Zeit bei mir. Ich brauche halt manchmal ein bisschen länger. Aber jetzt merke ich selber, dass es Sinn macht. Gerade wenn man mit einem Rudel unterwegs ist. Und auf Rudel spielen will ich nicht verzichten, weil das macht tierisch Laune. Habe ich jetzt den Flugsaurier erwischt? Das wollen die nicht. Wie viel packst denn du, Alter? Du bist doch nur ein kleiner. Der müsste jetzt normal längst schon umgeflogen sein, oder? Jetzt hat er es geschafft. Jetzt hat er es geschafft. Schön. Willkommen in unserer Mitte, sage ich schon mal. Du kriegst auf jeden Fall Kartöffels. Und du kriegst Karöttels. Und weißt du was? Ich höre schon wieder so eine Biene. Ich renne zurück zu meinen Tieren. Hallo? Ich habe schon wieder so eine Biene gehört. Jetzt pass auf. Jetzt gucke ich nochmal in das Menü hier kurz rein. Also, alle Folgen ist immer so eine Geschichte. Das mache ich ja gerne. Jetzt pass auf. Ich kann die jetzt, greife mein Ziel an. Aber das wirkt halt leider nicht auf alle. Ja, da müssen wir auf jeden Fall ein paar Tasten belegen, damit es besser wird. Sind jetzt alle auf neutral wieder. Sehr schön. Und du noch auf neutral. So. Und folgen. Jetzt gehen wir vor und beschützen den Dödi, bis er durch ist. Alles klar. Sorry für das Durcheinander. Aber da habe ich echt noch nicht wirklich viel mit befasst. Deswegen schreibt ihr es ja auch alle Woche einmal. Wautscher Pfiffe. Kommt, ne? Jetzt schauen wir mal rein. Drin hat er auf jeden Fall genug. Nahrungstechnisch nimmt es gemütlich ab. Die Benommenheit. Au. Aber ich habe laut Dododex-App. Muss ich ihn, glaube ich, nicht. Ne, ne. Der müsste jetzt jeden Moment durch sein. Ist da gerade ein Kombi angeschissen gekommen irgendwo? Sah kurz so aus, ne? So. Wir können natürlich jetzt den Dödi auch hier stehen lassen. Bewacht von zwei Alusauriern. Und noch ein Stück da hinten entlang reiten. Weil wir sind seitlich sehr gut. Aber wir haben auch noch einen längeren Rückweg. Weil der wird nicht gerade losrennen hier, der junge Mann. Den bringen wir jetzt heim, Leute. Den bringen wir heim. Dann bereiten wir die Floßfahrt vor. Ich kümmere mich schon mal parallel so ein ganz kleines bisschen um die Pfiffbelegung für die nächste Aufnahmesession. Da können wir vielleicht noch einen kleinen Check machen. So. Lass uns mal gucken. Oh. 12,9%. Ähm. Das habe ich nicht gedacht. Pass mal auf. Dann machen wir es mal anders. Wir haben ja nur einen. Ach, die folgen jetzt alle mir, weil ich es umgestellt hatte. Ja, die laufen jetzt alle mit, wenn ich jetzt hier losgehe. Also, da muss ich mich ums Management kümmern von dem Pfiff. Und das gefällt mir so momentan nämlich nicht. Einer folgt. Alle anhalten. Jetzt folgt mir keiner mehr. Und jetzt kann ich uns einfach den Großen schnappen. Ich hoffe, die beschützen den auch. Aber der gehört ja noch nicht zu uns, ne? Ich will einfach mal so ein paar Meter hier rein, bis der durchgezähmt ist. Um zu gucken, was hier noch so kommt. Ist das cool mit dem Viech? Wer ist denn der da? Wer bist denn du? Mein kleiner Pelikan. Jo, ist sogar einer. Und was habe ich hier? Einen Archäopteryx, glaube ich, gell? Ne, Mikroraptor. Da wurde ich gewarnt vor, glaube ich. Wie viel Leben hat denn so einer? Den kriegen wir eigentlich mit zwei bis ein Blatt. Probieren wir. Oh, der hält mehr aus. Der flüchtet vor uns. Ich dachte, der greift an. Jetzt haben wir einen 60er Mikroraptor. Oh oh. Von wegen, wir haben den. Der ist ja schon wieder. Der ist doch gerade nochmal runtergeflogen, oder? Ne, das ist einfach nur ein anderer. Das ist nur ein anderer. Ich dachte, der ist gerade zurückgekehrt. Ein 140er. Ist fast schade drum, gell? Springen kann man nicht. Was ist denn? Ah, was ich noch testen wollte. Habt ihr nicht gesagt, wenn ich mit dem hier C drücke, dass dann alle mitbrüllen? Muss ich natürlich jetzt checken. Habe ich schon wieder vergessen. Nö. Mit C tut er nix. Mit Rechtsklicks. Doch, jetzt. Ja. Ja. Oh Gott, Leute. Ist das krass geil. Ist das krass geil. Warum hat er beim ersten Mal nicht reagiert? Weil das ist ja nicht, weil er gerade irgendwas gemacht hat, ne? Ah, das hat praktisch das zweite Tier auch wieder das Rudelzeichen. Muss ich natürlich jetzt gleich mal gucken. Müssen wir jetzt natürlich gleich nochmal gucken hier, dass ich das ordentlich einfange, gell? Ich würde sagen, ja, ich will es mal sehen. Ich will es mal sehen. Boah, ist das Brecher geil, Alter, ne? Schön. Schöne Spielerei. Gefällt mir gut. Wahnsinn. So, ich gucke mal nach ihm. Dann reiten wir nochmal ein Stückchen hier rum. Wie sieht es aus bei dir? Du musst wieder aus dem Menü raus. 38,7%. Bewusstlos bleibt er auf jeden Fall. Fressenstechnisch ist alles super, ne? Ich weiß nicht, was er davon nimmt. Ich nehme mal an die Karotten. Auf jeden Fall hat er alles, was er braucht. Dann kriegt er seinen Sattel. Dann reiten wir heim. Jetzt pass auf, Leute. Geht das auch, wenn ich es hier mache? Ja, man hört es aber nicht, weil wir zu weit weg sind. Schauen wir mal da hinten ein bisschen rum. Dann haben wir schon wieder ein bisschen Gebiet erkundet. Weil hier kommt ja die Außenbasis irgendwo hin. Ich bin halt am Labern, verstehst du? Guck mal kurz auf die Map. Ja, noch ein bisschen weiter runter will ich schon für die Basis. Muss ja irgendwann eine Biomgrenze kommen, ne? Ich weiß, dass die drei Alusaurier den Gezähmten gerade nicht beschützen. Aber wir haben ja alles mögliche Blattmacht an der Ecke. Ey, da hinten kommt eine coole Stelle. Die schauen wir uns auf jeden Fall an. Natürlich schauen wir auch hier. Da vorne läuft wieder so ein Affenmensch. 25er. Was gibt es hier noch so? Hier ist es erstmal okay. Da klitscht was. Wow! Wow! Ein Wasserfall, Leute! Die Ecke möchte ich mir angucken. Wow! Geile Geschichte! Langsam hier, Digga. Du kennst dich hier noch nicht so aus. Jetzt stört mich die Fackel gerade so ein ganz kleines bisschen da oben drauf. Da ist wieder so eine Raptor-Geschichte, glaube ich, hier am Start. Ne, ist ein Gallimus-Typ. Hier sind wieder die Tarot-Birds. Die Mama ist natürlich solo fertig. Ohne Rudel geht es euch an den Strudel. Schalalala. Den will ich aber nicht begegnen ohne Tier, ne? Guck mal. Die haben einen Knockback-Effekt gegen den großen Dinger hier. Wie viel Fleisch hast du denn jetzt schon eingesammelt? Ja, da kriegen wir den Drog schön von... Ach Gott, ist das eine schöne Stelle hier. Die ist schön. Die gefällt mir total. Kurz davor. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht irgendwie... Ja, Leute. Ist das ein Traum? Ist das ein Traum oder ist es ein Traum? Zieh dir das mal rein hier. Ein schöner Wasser. Kommt der Flugsaurier an. Da drüben ist auch ziemlich viel los. Hier ist ein Haifisch drin. Natürlich, klar. Haifische sind überall an Stellen, wo man sie nicht vermutet. Was ist denn das da vorne, Leute? Ist das ein Faultier? Was ist denn das da? Der ist ja cool. Leute. Megatherium 140er. Oh, der gefällt mir gut. 140 ist ein tolles Level. Mägen wir uns. Mägen wir uns. Wir gehen ja sowieso in diese Richtung irgendwann. Die Außenstation aufbauen. Dann werden wir den auf jeden Fall mitschnappen. Das gibt eins der Tiere, die dann stationiert sind. Pärchenweise an der Außenstelle an der nächsten, die wir bauen. Der war hübsch. Und ich habe wieder was für die Liste. 16.57. Äh, 16 Minuten. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch Zeit. Ich will den Dödi noch da drüben rausholen jetzt. Der dürfte jetzt bei der Hälfte sein etwa. Wir laufen mal noch zwei Meter weiter ums Eck zu der Stelle. Sehr schön. Ja, hier suchen wir uns ein wunderschönes Plätzchen. Auch wieder an der Nähe vom Strand. Nicht allzu weit oben drin. Und da werden wir dann... Ah, jetzt sind wir an dem Teil hier. Lass uns mal rüber gehen. Ist das tief? Nicht, dass da jetzt ein Haifisch angeschossen kommt. Ist ja nicht so, dass wir gerade nicht einen gesehen hätten, ne? Hier ist auch ein schönes Plätzchen, oder? Ist auch super. Guck mal. Und? Brüller! Brüller! Brüller. Jetzt brüllt er wieder nicht mehr. Warum brüllt er jetzt nicht mehr? Komisch. Ist das, weil wir außer Reichweite sind vom Rudel wahrscheinlich, ne? Tolle Geschichte und so. Was kann ich hier machen? Dasselbe wie an den Loot-Drop-Dingern, glaube ich, ne? Habt ihr gesagt? Ich guck mal. Nicht, dass uns der Laserstrahl jetzt verbrennt. Inventar öffnen. Ja, alles klar. Hab's verstanden. Alles klar. Dann haben wir die Geschichte auch mal gesehen. Super Geschichte. So, Leute. Zurück. Jetzt warten wir einfach gemütlich auf den Dödi zusammen. Vielleicht mach ich auch einen kleinen Schnitt rein. Ich muss mal gucken, wie weit er jetzt ist. Dann sind wir hier schon eine ganze Ecke wieder am Strand entlang. Hier irgendwo, Leute. Hier irgendwo könnte ich mir eine Außenstation vorstellen. Hinter am Läu. Es ist auch schon ein ganzes Stück weg von unserem Zuhause, ne? Aber wir machen auf jeden Fall einen Ausflug. Sobald die Floßgeschichte rum ist, laufen wir hier entlang. In Richtung Süden. Bis wir zur Biomgrenze kommen. Wobei ich da vorne sehe. Ich glaube, das ist es schon. Komm, Risiko, Physiko. Wie immer halt. Wenn ich was mache. Ich guck mal, ob das da vorne die Wüste ist. Weil dann könnte man tatsächlich hier in der Nähe uns ein Plätzle raussuchen. Und dann natürlich entsprechend auch das Biom erkunden und so weiter. Aber wir haben in den Highlands auch noch was offen, ne? Da ist noch eine Höhle. Wo wir anschauen wollten. Ist ein Bär. Es ist ein Bär. Hier kommst du nicht durch, ne? Dicke. Musst du außen rum. Ich habe da vorne Sand gesehen, Leute. So orange-gelblichen Sand. Ich könnte mir vorstellen, dass da die Wüste ist. Ich hoffe, dass es mit dem Dödi klappt. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ist aber eine schöne Farbe, was der Bär hier hat. Guck mal, der ist lieb. Der macht gar nichts. Muss ich gar nicht wegbollern. So, jetzt komme ich natürlich hier in Bedrängnis, was die Zeit angeht. Ich hoffe, dass der Dödi da drüben keine Action gekriegt hat. Sind wir jetzt irgendwo anders? Joanas. Was? Inlet. 12 Grad. Siehst du, da vorne ist nämlich tatsächlich wieder so ein Terrorbird-Idiot. Den lassen wir mal jetzt stehen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich brauche sie nicht. Ich brauche die nicht. Ja, da ist die Wüste schon, Leute. Ich laufe mal ein Stückchen näher hin. Ich gucke aber immer, ob es warm ist. 12 Grad. Also hier ist es auf jeden Fall noch kühl. Wir müssen auch wieder zurück. Denkt dran, Voucher. Ich will die Wüste auch gar nicht entdecken jetzt. Aber ich weiß, dass sie hier ist. Ich könnte mir vorstellen, Leute, dass da drüben das Wüstenbiom losgeht. Ich nehme es an. Ja. Das heißt, wir werden uns hier irgendwo oben drauf, würde ich fast sagen. Am besten sogar hier oben drauf einfach. Entweder hier oder am Wasserfall. Ganz in der Nähe einfach, dass wir schnell ins Wüstenbiom kämen. Weil das wollen wir ja auch entdecken irgendwann. Also. Dann haben wir schon mal diese Grenze hier ausgekundschaftet. Das freut mich aber. Da werden wir natürlich hier oben mal gucken. Weil Baumhaus, ich will dann schon zwei, drei Plattformen aufsetzen. Müssen wir mal gucken, wie wir es hier machen. Müssen wir mal gucken, wie wir es hier machen. Da fällt uns bestimmt was ein. Vielleicht mal eine Frage an die Bautypen unter euch. Oder Baumädels. Da oben ist schon wieder ein Tier, das ich jetzt... Da ist wieder so ein Faultier ähnliches. Schön. Kann ich die Baumplattformen, wenn ich sie gebaut habe, miteinander verbinden? Gibt es da irgendwie so eine Strickleiter oder sowas? Oder muss ich die dann gerade setzen, dass wir praktisch... Dass wir praktisch mit Deckenelementen die dann verbinden oder so? Oder vielleicht machen wir einfach zwei, drei kleine Baumstationen. Setzen was rein, was wichtig ist. Und grenzen das Gebiet ab. Schauen wir mal. Machen wir uns heute noch keinen Kopf. Ist noch weit hin. Nicht mehr allzu weit wie manch andere Dinge. Aber immer noch weit genug. Jetzt geht es erstmal um den Dödi, den ich da einsam zurückgelassen habe in meiner Entdeckerlust. Bin gespannt. Sattel haben wir dabei für ihn, ne? Hier hat es Obsidien. Hier hat es Obsidien. Hier hat es Obsidien. Da holen wir uns gleich mal ein bisschen Obsidien. Ein bisschen können wir ja mitnehmen. Weißt du? Gerade so ein paar Krallen voll. Die vielleicht auch noch. Ich hoffe, uns greift nichts an. In meiner Überheblichkeit kriege ich gern mal eine auf die Fresse. So weiter geht's. Zurück zum Dödi. Oh, da war der Haifischteich. Da laufe ich natürlich hier lieber einen etwas längeren Weg. Also, ganz wichtig. Vor unserer Floßreise werde ich mich drum kümmern, dass die ganzen Tiere, die zur Zähmung noch in Frage kämen im Verlauf der Zeit, ihre Stats haben. Also den Ordner anlegen und die Notizen rein. Damit wir die jetzt auch mal alles killen können, weil die sind eigentlich viel stärker, wie ich sie gerade führe, ne? So, Leute. Der Haifisch hat uns verschont. Ich gucke auch nicht links. Den Schreck vom Haifisch sparen wir uns. So. Alles klar. Dann machen wir jetzt die Floßfahrt. Und dann würde ich sagen, bevor wir Baumhaus bauen gehen, schauen wir, dass die Tiere... Also uns fehlt ja zum Beispiel der Oviraptor, den holen wir noch, bevor wir umziehen. Und uns fehlt noch das zweite Tier vom Lilophosaurus. Lass wir den auch noch ranholen. Dass die vollständig sind, die in der Außenstation wohnen. Dann schnappen wir uns Sammy bauen und gehen Baumhaus bauen, ne? Da ist unser Rudel. Jetzt bin ich gespannt. Kann ich hier schon? Ja, ab hier geht's wieder. Und sie schreien mit. Zumindestens die zwei vorne. Oh, der wedelt mit dem Schwanz. Der ist schon da, Leute. Hallo. Grüß dich, mein Freund. Hier, bitteschön. Ein bisschen Schutz für deinen Buckel. Passt. Wunderbärle. Dann lasse ich dir die Meo-Bären schon mal drin. Kriegst du noch ein paar dazu. Daheim ist dann im Droh ganz viel für dich drin. Gesundheit? Alles klar. Alles klar. Komm, eine kleine Rundreise. Gönnen wir uns mit ihm. Lum li lum. Ich liebe dieses Tierle ja. Hoch. Auch hier wieder wunderschön. Ich mag ja diese Ansicht, wenn das User-Interface nicht da ist. Ist auch ein schönes Bild, ne? Mit den dreien hier. Cool. Also, Leute. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt müssen wir den nur noch heimbringen. Das machen wir zusammen. Wir müssen allerdings... Ich nehme die jetzt einfach alle auf Folgen, würde ich sagen. Pass mal auf. Kann ich ja jetzt hier machen, ne? Müssten jetzt alle auf Folgen sein. Der Dödi ist jetzt natürlich ziemlich langsam unterwegs. Ich bin mal gespannt. Ja, wenn nicht, laufen wir einfach zurück. Wir haben ja gesagt, wir wollen noch ein bisschen Fleisch fahren. Oh Gott, ist der gemütlich. Ich kann ihn jetzt auch nicht einklemmen. Ich könnte natürlich jetzt... Ne, das ist blöd. Mit dem Dödi reiten. Und die dann auf Folgen nehmen. Ja, es ist jetzt halt einfach so. Also, pass auf. Dann machen wir es folgendermaßen. Unsere durchschnittliche Länge ist ja immer... Den wollte ich leben lassen, ne? Ist das der hohe 140er gewesen? Ich guck nochmal. Ne, ist ein 20er. Können wir mal gucken, ob er sich verteidigt oder flüchtet. Hallo? Ne, ich kann den nicht umbringen. Ach, ist ja goldig. Was ist denn das hier eigentlich? Ah, aber ein weißfarbenes. Komm, wir wollten ja Fleisch. Guck mal, wie die hier rausgeschossen kommen. Wie sie mithelfen, ne? Da kommt der Dödi. Das Schaf. Das interessiert kein Mensch, dass wir... Oh, Alterle. Guck mal. Guck mal, Leute. Die kämpfen gegen den Dinger hier. Wow. Guck mal. Boah, sind die cool. Das gefällt mir voll, wenn die gerade im Angriff stehen hier, die Jungs. Wahnsinn. Nehmen wir natürlich auch das Aasfleisch mit. Da kenne ich nix. So. Haben wir noch ein bisschen Gewichtmöglichkeiten? Ja. Kann sein, dass ich später auf ein anderes Tier umsattel. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die... Aber uns lassen sie in Ruhe, ne? Guck mal, wie die da abgehen. Da holen wir uns auf jeden Fall ein Pärchen, ne? Gut, seid ihr selber schuld. Das Pärchen. Aha, auch mit Knockback-Effekt. Da kämpft man natürlich mit. Nicht, dass die... Oh, die machen auch gut Damage, Alter. 135er war das. Habe ich ein Tier verloren? Habe ich ein Tier verloren, Leute? Ey, Leute, ich habe ein Tier verloren. Sind die so stark? Lebst du noch, Alterle? Boah! Der 22er ist weg, Leute. Das hätte ich nicht gedacht. Hier war er mal drin. Boah, das tut mir der Seele leid gerade. Der kleine 22er ist weg. Alter, Schwede, haben die eine Power. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die brauchen wir auf jeden Fall. Das gibt dann das nächste Rudel, wo wir ein Baumhaus aufbauen, Leute. Alles klar, dann bin ich jetzt vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger wieder. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass die so viel Action machen. Die sahen so gemütlicher aus. So Teddybären-mäßig. Und dann war das Rudel nur noch zu dritt. Wir brauchen aber eh noch ein Mändle. Alterle, hätte ich nicht gedacht. Tut mir leid. Tut mir leid, Alterle, dass du das Tier verloren hast. Gestern noch einen Namen vergeben und heute tot. Aber irgendwie war es mir auch klar, dass das 22er immer eher... Den 200ern hat das jetzt nicht viel gemacht hier. Obwohl, dem fehlt auch ein Gutleben hier. Lass mal kurz durchgucken. Dass der 82er auch schon kurz vorm Abnippeln steht hier. Jo! Alles klar, guck mal. Wow! So, da bin ich mal gespannt, wer von euch eine Idee hat bezüglich oder schon Erfahrung hat mit diesen Tieren, die wir gerade eben jetzt praktisch im Einsatz gesehen haben. Die machen mir so ein ganz kleines bisschen... Wo ist denn der Dödi? Na... Habe ich den jetzt verloren? Habe ich den jetzt zurückgelassen? Da hinten kommt er. Da hinten kommt er, Leute. Wahrscheinlich hat er jetzt auch gekämpft. Okay, also... Beim 82er ist es schon eine knappe Geschichte. Hätte ich nicht gedacht. Ja, komm, Alterle. Ja, erst mal gut einen abgesetzt. Verstehe ich schon. Ist doch klar. Lass mal gucken. Hey, der hat auch fast sein Leben komplett verloren. Alles klar. Ich schaue mal ganz kurz durch, ob mir das fleischmäßig reicht, Leute. Dann würde ich sagen, wir gehen eher über die Highlands, also nicht am Strand entlang. Da ist es dann ein bisschen ungefährlicher. Hier haben wir 600 Fleisch drin. Hier haben wir 300 Fleisch drin. Und hier haben wir... 490 Fleisch drin. Und nochmal 900. Und hier sind auch nochmal 500. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Jetzt bringen wir den Dödi heim. Ich will nicht noch mehr Tiere verlieren. Ich hätte nie gedacht... Ich hätte nie gedacht, dass diese Faultiertypen so stark sind. Gehen wir jetzt gemütlich heim. Wir laufen noch zusammen, würde ich sagen, bis zu oben auf die Highlands. Da sind wir dann einigermaßen sicher. Und dann mache ich einen Cut und laufe den Rest einfach zusammen heim, oder? Weil sonst haben wir jetzt tatsächlich wirklich nur noch Heimlaufrunde. Ich muss ja hier ständig abstoppen. So. Weil der Dödi ist leider nicht der schnellste. Boah, hat uns das... Das ist der Hammer. Wir brauchen die, Leute. Ich habe jetzt mir den Namen nicht gemerkt. Wir brauchen diese Faultiere. Wenn die hier so tatsächlich einen Allosaurus mal geschwind wegholzen. Mal gucken, ob man die reiten kann. Das wäre natürlich auch eine coole Geschichte. Schön, wieder neue Tiere entdeckt. Einen Verlust haben wir leider erlitten. Aber ist okay. Wir brauchen ja ein starkes Rudel. Der 22er war halt schon mal die Schwachstelle. Mir tut es natürlich trotzdem leid. Wir werden das nächste Weibchen ihm zu ehren. Auf jeden Fall dann Traudel nennen. Tut mir leid um die Traudel, Leute. Wahnsinn. Ja klar. Ich habe es nur nicht geglaubt, als ich es gelesen habe, dass es eins von unseren Tieren war. Wahnsinn. Was haben wir denn jetzt alles momentan? Wir haben das Rudel getaggt. Jetzt haben wir Ziel Nummer 1 von dieser Woche haben wir erreicht. So, jetzt werde ich mal ein ganz kleines bisschen runterfahren. Wir haben Ziel Nummer 1 erreicht. Das Nutztier Dödi ist auf dem Weg nach Hause. Punkt. Wir haben jetzt noch das Floß vor uns. Ganz klarer Fall. Wir haben neue Tiere entdeckt. Wir haben das Grenzland entdeckt zum Biom in der Wüste. Und wir haben einen Dödi, der eher gemütlich unterwegs ist. Ich muss immer wieder ein bisschen zurücklaufen, glaube ich. Da kommt er. Da kommt er. Alter, was ist mit dir los, Digga? Komm schon. Komm schon. Wir warten alle auf dich. Guck mal, wie es staubt aber beim Rennen. Ja gut. Ist gut. Mit dem kann ich jetzt gemütlich dann immer vor den Folgen ab und zu zwei, drei Steine klopfen draußen. Dann geht es noch schneller. Dann haben wir noch weniger Offscreen-Zeiten, wenn ich es mit ihm mache. Also die zehn Minuten halt verkürzt auf fünf dann. So, komm, wir gehen oben lang. Da oben sind nur Pferde. Da kann nicht viel passieren. Es sei denn, ein Giga spawnt. So, den bringen wir jetzt heim. Dann kümmern wir uns morgen. Kleine Vorbereitungsrunde. Machen wir dann die Session für die Floßfahrt. Das wird nochmal sehr interessant. Dann würde ich sagen, holen wir die Reste auf, die noch fehlen. Also wirklich dann in der Höhle ein bisschen ausbauen. Die nächsten Kombis anschmeißen. Und dann suchen wir uns ein schönes Plätzchen hier hinten am Redwood Forest Übergang-Wüstenbiom und kümmern uns mal um die Baumplattformen. Da schauen wir uns einen schönen Platz raus, wo drei Bäume sind, wo wir welche anbringen können. Grenzen es schön ein. Ich will dann da ein Gewächshaus hinsetzen und so. So, meine Lieben. So Stück für Stück kommen wir dann doch dem Ganzen näher, was wir uns so vornehmen. Ich bin ja froh, dass die Mainbase noch weit weg ist. Aber guck mal, wir haben echt von der Map noch nicht allzu viel entdeckt. Es ist nicht wirklich viel. Guck mal. Aber macht ja nichts, oder? Wir haben Zeit, Leute. Wir haben Zeit. Wenn wir es erst zu Weihnachten dieses Jahr alles entdeckt haben, dann ist es halt so. Trotz allem füllen wir hier die Stunden, die wir schauen und die wir spielen, mit Spaß. So. Da war ich jetzt etwas irritiert. Hätte ich nicht gedacht. Die waren zwar friedlich, aber sie können sich verdammt nochmal gut wehren. Ich muss auf den Dödi warten hier wieder. Weißt du was? Ich mache an der Stelle Schluss. Das ist jetzt nicht mehr weit. Ich habe den Finger aber auf Aufnahme. Wenn wirklich eine Situation sich anbahnt, die ungewöhnlich wäre, dann drücke ich natürlich drauf und schalte mich nochmal zu. Ansonsten haue ich jetzt den Dödi einfach heim. Das war mir aber schon fast klar, dass das hier nicht ganz so schnell gehen wird. Fleisch haben wir auch. Das räumen wir dann alles beim nächsten Mal zusammen schön ein. Setzen den Futterdruck um. Da müssen wir auch nochmal ein bisschen gucken, wo der dann hin soll und so weiter. Und dann passt es. Dann wünsche ich euch noch einen zauberhaften Nachmittag, einen schönen Abend. Wir sehen uns zur Backfest-Folge am Mittwoch wieder. Wenn wir dann die Floßgeschichte vorbereiten, dann können wir Donnerstag spätestens los. Donnerstag, Freitag, vielleicht Samstag noch die Runde. Dann haben wir den Ankylosaurier, für den wir ja einen großen Sattel gefunden haben. Muss ich nochmal gucken, ob das auch stimmt. Guck mal. Stoffschuhe sind das aber marode. Okay. Hier ist der. Nächster Alusaurier-Sattel. Hier ist er. Alusaurier-Sattel. Alles klar, Leute. Was? 11 Skillpunkte? Ach, bei ihr. Und wie viel haben wir? Wir haben 1 Skillpunkt. Ey, da muss ich echt ein bisschen aufpassen, was ich mache. So, Leute. Jetzt bin ich wirklich weg. Ich bin am Labern. Das macht halt einfach Spaß. So. Gehabt euch wohl. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Vielen Dank.